Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Super Meat Boy. Let's play. Wir spielen das vorletzte Level der Dark World. Auf geht's. Ähm, was? So, dann zu schalten. Aha. Okay, wir machen das jetzt so. Auf geht's. Moment, diese Stämster. Aber ich muss wahrscheinlich auch noch schnell genug sein. Nehme ich mal ganz, ganz hart an. Aha. Man kann sich überhaupt nicht richtig konzentrieren durch dieses Auflösen der Wände. Aber warum muss ich mich beeilen? Ich bin wirklich zu blöd zum Springen. Was ist los mit mir? Was? Weil es am Ende wieder zu geht, deswegen. Scheiße. Ja, dann. Dann auf Campo. Oh shit. Als ich das am Ende wieder schreieße. Das ist ja mies, ey. Das ist ja richtig karkar. Oh, schließt sich das schnell. Und früh vor allem. Wow. Das ist jetzt auch ein echt Fuck-Level. Scheiße. Scheiße. No. Wow. Das Level, das... Da... Darf ich jetzt ein bisschen bammeln, dass ich das echt nicht hinkriege? Weil... Das... Das ist richtig übel. Weil... Ah! Weil man da so ganz fiese, filigrane Sprünge hinlegen muss. Man kann am Anfang ein bisschen schummeln. Also, was ist schummeln? Man kann tatsächlich das Verschwinden der Wand zum Nutzen machen. Wenn man das hinkriegt. Kriege ich aber irgendwie nicht immer hin. Weil ich muss ja da... Ich muss ja auch da... Ich muss ja da so... Muss ich da ja. Unglaublich schnell sein muss ich da. Wow. Und ich wollte mir Zeit lassen in dem Level. Man. Nein. Wow. Fuck ey. Alter. Alter. Mir verschwindet die Wand sogar zum Teil zu langsam. Shit. Dafür taucht ihr verdammt schnell wieder auf. Kein Witz. Das ist ein bisschen hart. Ich bin auch zu blöd zum Springen gerade. Ich bin auch zu blöd zum Springen gerade. Ich kann tatsächlich ein bisschen abwarten. Wenn ich sinnvoll springe. Weil da habe ich so einen kleinen... Kleinen Run. Am Anfang. Ich muss hier sowieso wieder warten, wenn ich nicht in diese Kackbrühe fallen würde. Direkt in die Sägeblätter. Da bin ich wieder zurückgelaufen. Cool. Warum? Warum laufe ich plötzlich so weit zurück? Hey. Das riecht mich jetzt auf, weil ich so blöd bin. Fuck ey. Ich komme da nicht durch. Durch diese... Da muss ich... Scheiße. Ich muss da so unglaublich kurze, kleine, knappe Sprünge reinhauen. So viele hintereinander. Unter Zeitdruck. Ich würde das nicht mal kriegen, wenn ich keinen Zeitdruck hätte. Die haben mir an alles gedacht, um mir auf den Sack zu gehen. Außer Raketen. Man! Ich habe ja Angst, das letzte Level zu sehen. Ich kann mir echt Zeit lassen am Anfang. Ganz gechillt. Und los geht's. Oh, ich bin ganz gechillt. Ganz gechillt. Und los geht's. Oh, ich bin ganz auf, ey. Oh, ich bin ganz auf, ey. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Boah, fuck, ey. Fuck. Ich bin so hohl, ey. Ich bin so hohl. Nein, ich bin da weggerutschen. Nein. Oh nein. Oh Mann. Ich bin schon. Fuck. Mann, ich war doch sicher auf der Plattform. Wieso laufe ich noch so weit zurück? Okay, ich gebe es auf. Ich gebe es auf für heute. Mann. Wow. So ein Kacklevel. Mann. Beim nächsten Mal. Vielleicht schaffe ich es beim nächsten Mal. Aber jetzt habe ich die Schnauze voll davon. Bis zum nächsten Mal. Fucklevel.